Sissi, warte. Kannst du nicht warten, bis man uns öffnet? Mein Hintern ist ganz durchgerumpelt. Es gibt heute Wichtigeres aus deinen Hintern, Sissi. Sissi. Ihr seid noch schöner, als man es sich in Wien erzählt. Warum tragt ihr schwarz? Ist dir was vorgefallen? Nein. Ich trauere um meine große Liebe, Eure Majestät. Es tut mir leid. Tante Ludovica, wie schön, dass ihr zu meiner Geburtstagsfeier gekommen seid. Herzogin Elisabeth. Das ist Herzogin Helene. Dann seid ihr? Sissi. Herzogin Elisabeth. Ihr habt euch lange nicht gesehen. So ist es. Hatte dir eine gute Reise? Ich war ein wenig unfässlich. Herzlich willkommen, Schwester. Das ist wirklich gut. Das ist das Verstehen. Das ist das Verstehen. Untertitelung des ZDF, 2020